Liebes Landesklinikum Graz, liebe Standesvertretung, ich habe gestern dieses Bild gesehen und ich bin sehr überrascht. Evidenzbasiertes Handeln muss integraler Bestandteil unseres ärztlichen Handelns sein. Meinungsvielfalt oder verschiedene Standpunkte gehören innerhalb einer Standesvertretung zum guten Ton. Wenn wir als wichtiger Bestandteil der Gesellschaft sein wollen, als ein Pfeiler der Gesellschaft, dann müssen wir uns auch dementsprechend benehmen. Durch solche Aktionen präsentieren wir uns der Gesellschaft wie Schulkinder, wo Abtrünnige sofort mit dem Stinkefinger bestraft werden. Es kann nicht sein, dass unterschiedliche Standpunkte zu Existenzbedrohung führen. Wenn das Teile der Grazer Klinik so sehen, dann sind das die ewig gestrigen. Zum Thema Impfen habe ich mit der Kollegin von nicht allzu langer Zeit telefonieren dürfen und da hat sie mir ganz klar gesagt, dass sie nicht gegen das Impfen ist. Und deswegen hätte es mich zum Beispiel, sollte sie diesen Satz so auf einer Demonstration gesagt haben, sehr interessiert, wie das zu verstehen ist. Ist das vielleicht im Zusammenhang mit der bevorstehenden RNA-Impfung seitens Bill Gates, dann ja, dann verstehe ich diese Aussage. Denn auch ich will nicht, dass mich ein eugenischer, wahnsinnig gewordener Programmierer und ein Verbrecher, Schlagwort Tedros Adhanom, WHO-Chef, mit einer Impfung beglügt, die nicht ausreichend getestet ist. Wenn sie aber ihren Standpunkt in den letzten paar Wochen verändert hat zum Thema Impfen, dann würde auch das mich interessieren, weil das gehört zu einem kritischen Diskurs, zum wissenschaftlichen Diskurs eigentlich dazu, dass man miteinander redet. Wir haben viele Themen, die wir innerhalb der Standesvertretung oder generell innerhalb unserer Gemeinschaft besprechen müssen. Und ich fühle mich durch solche Handlungen nicht von der Ärzteschaft vertreten. Denn das sind Handlungen, die sind unserer nicht würdig. Ich würde Sie also bitten, liebe Standesvertretung, dass Sie sich hier einschalten, sollte diese Schlagzeile von dieser Boulevardzeitung der Wahrheit entsprechen. Sollte das nicht so sein, dann betrachten Sie dieses Video bitte als gegenstandslos und verzeihen Sie meinen Aktionismus. Ich wünsche mir weiterhin konstruktive, vielleicht auch harte, aber faire Dialoge und verbleibe in diesem Sinne hochachtungsvoll alles Liebe.